Das Loïka-Feld mitten im Wallisard Naturpark Pfi-Vensch gilt als Vogelbeobachtungsparadies. Hier nistet auch der farbenprächtige Bienenfresser. Jeweils im Frühsommer kommt der kleine Zugvogel zum Brüten in die Schweiz, bevor er sich Mitte August wieder in sein Winterquartier nach Afrika aufmacht. Das sind rund 14'000 Kilometer hin und zurück. In unserer Studie konnten wir zum ersten Mal zeigen, dass kleine Zugvögel in sozialen Gruppen unterwegs sind, Die von uns untersuchten Bienenfresser haben zwar in der gleichen Kolonie gebrütet, sind aber nicht direkt miteinander verwandt und haben trotzdem einen Grossteil des Jahres gemeinsam verbracht, auch in Afrika. Das heisst also, sie sind sozusagen mit Freunden unterwegs gewesen. Für die Studie wurden die kleinen Zugvögel mit 1,5 Gramm leichten Multisensoren ausgerüstet. Dieser registriert Temperatur, Lichtintensität, Flughöhe und die Aktivität des Vogels. Im darauffolgenden Jahr wird dieser wieder gefangen und die Daten, die dieser Logger über das Jahr gesammelt hat, ausgewertet. In gelb sehen wir die Zugroute von vier Vögeln, die gemeinsam unterwegs waren. Die sind über Südwesteuropa, Algerien und Zentralafrika bis nach Angola geflogen und im Frühlingszug wieder gemeinsam zurück über Zentralafrika, Algerien, Tunesien, Italien zurück. Die Forscher der Vogelwarte Sempach wollen den Bienenfresser auch weiterhin beobachten. Denn noch ist unklar, ob diese Vogelfreundschaften auch über mehrere Jahre hinweg Bestand haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017